Können wir jetzt ja mal ins Inventar gehen. Das Messer schärfen. Inventar. Ein provisorisches Messer erhalten. Kann ich jetzt irgendwas hier machen? Erhalten. Aha, okay. Keine Fähigkeitspunkte. Dann können wir wieder weiter. Das müsste scharf genug sein. Ach, ein Täschchen hat sie sich auch gleich gemacht. Ach ja, klar. Vorne ein Täschchen. Ein Taschentuch. Aha, was soll ich denn mit einem Taschentuch? Ah, hier sind ein paar Sachen eingezeichnet, oder was? Ne, ich bin hier an einem falschen Ort. Okay. Geh rechts rein. Geht das? Da lang? Herausforderung. Erkunden sie den Eingang? Aha. Na, das machen wir doch erstmal, wenn wir die Ausrüstung haben. Dann können wir das machen. Oh, toll. Oh, noch doller. Giftbeere. Oh, Mann. Oh, Mann. Hey. Irgendwas hält die Vorräte noch. Ah, sie hängen an einem zweiten Seil. Gehen wir mal rüber von deinen Sachen da, wa? Mein schöner Bogen Mein Scherz ist aber gut verpackt Oh yeah Ich hab nen Bogen Nice So, noch die Bären außer Baumkrone sammeln Können wir erst mal das machen Ah, hier Na, wie kommen wir denn hier hoch? Oh mein, ich hab so ein Schmerz Ich krieg auch meine Pfeile wieder Scheint nicht so Schade So, ich soll jetzt wahrscheinlich da hin Ach, aber ich will ja erstmal das Grab erforschen Ich werde die Bogen Ohhhh, ich brauch ne Kletteraxe. Gehen wir erstmal wieder in die Höhle. Hier war ja auch noch was. Jetzt wo ich Pfeile und Bogen habe, müsste das ja funktionieren. Oh. Vorsichtig, vorsichtig. Ei, 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 ei. Da stecken aber viele drin. Wohin der es wohl führt? Das finden wir jetzt heraus. Das ging in die Hose. Verdammt. Oh nein. Und nochmal. Vorsichtig. Vorsichtig. Wohin der es wohl führt. Mensch, das habe ich doch eben schon gesagt. Das finden wir jetzt heraus. Hier ist das Seil. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh, vielleicht keine so gute Idee. Okay. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Neue Ausrüstung erhalten. Neue Ausrüstung erhalten. Verdammt. Verdammt. Ach, da kann ich lang. Okay. Also muss ich für alles nochmal wiederkommen. Das muss der Weg nach oben sein. Ja, das ist auch der Weg nach oben. Was für eine Frage. Ah, hier war ich doch eben schon. Gehen wir jetzt mal in die Richtung. Scheiße. Oh, das war knapp. Das hätte in die Hose gehen können. Wie die ganze Zeit hier. Die müssen auch überall Stachel hier einbauen, ne? Da drüben will ich denn? Da wollte ich sein. Jawoll. Hier gibt es ein bisschen Zeug für mich. Oh, eine Karte. Nice. Wir haben aber schon fast alles gefunden hier. Ja, gut geht's. Ja, gut geht's. Vorsichtig. Vorsichtig. Ja, komm. Hopp, hopp. So, kann man irgendwie auf der Karte markieren. Wegpunkt setzen. Enter. Sehr nice. Volltreffer. Volltreffer. Hasenfell. Ah, da sind noch Fehlern. Okay. Ja, was soll jetzt hier sein? Hm. 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 Keine Ahnung, wie kommt man denn da jetzt rein? War hier nicht irgendwo eine kleine Höhle? Hm. Morgen davon. Woah. Speak schon mal. Oh, cool. Ladies Alex sind 11 Jahre altes. Okay, ein bisschen buggy, die Anzeige Ah, da zum blauen Punkt wollte ich Ja, bin ich doch Hä? Ich bin verwirrt Was ist das denn? Ah, da kriege ich nichts raus Okay, irgendwie soll man da reinkommen Ich weiß noch nicht wie Gucken wir jetzt erstmal noch anderen Sachen Hier sind doch noch Es sollen ja noch mehr Sachen sein Da hin Sechstant So, was halten wir denn noch? Da? Ist es auch da oben? Oh, ich glaube das hat viel getan Wie kommen wir denn da hoch? Ich sehe irgendwie einen Weg hoch Nur mit meiner Hacke, wie es aussieht Ist aber doof Nee, da komme ich nicht ran Versuchen wir jetzt nochmal da ran zu kommen Äh Gleicher Weg Mist Okay, dann würde ich vorschlagen Wir gehen da jetzt erstmal rüber Rüber über den Berg Woanders aber hier Hier haben wir schon mal vorbereitet für uns Ein paar Seile drum gewickelt Also wussten, dass wir kommen Okay Gute Nacht Miguel Das gefällt mir gar nicht Miguel Wo bist du? Ich hätte vielleicht nicht so viele Pfeile verballern sollen Nein Miguel? Miguel? Hier wurde was zerfleischt Da müssen wir landen, okay? Da haben wir Miguel Oh, ziemlich viel Blut Oh, lecker Das hört sich beherig an Nein Das ist was ähnliches Kollegah Oh, da wollen die, dass ich die nicht mehr anlegen kann Oh, noch einer Heilige Scheiße Das sage ich dir Gute Nacht Ich mache jetzt mal ein paar Pfeile Hier muss ich vorsichtig sein Wir müssen ja schon mal an später denken, wo wir uns einsammeln, was wir kriegen können Die armen Affen, aber ich brauche euer Feld, tut mir leid Ah, Mist, an den komme ich nicht dran Ah, Mist, an den Kopf Nein, an die komm ich alle nicht dran. Verdammt. Ärgerlich. Verdammt. Arschloch. Arschloch. Das ist es. Junge. Alter. Ich bin ein schlechter Schütze. Nein. Das funktioniert. Das funktioniert. Das ist ein schlechter Schütze. Das ist ein schlechter Schütze. Das ist ein schlechter Schütze. Uuuuh! Uhuh! Na, Bangelegenheit! Oh, wo schweißt du mein Auskästchen? Was? Bitte, was war das denn? Okay, jetzt weiß ich wie man gegen so einen Puma kämpft oder Leoparden. Drücken Sie F1, um sich zu heilen. Okay. Hallo, sammeln. Ich würde sagen, wir sammeln hier erstmal alles weg, was es hier so gibt und dann können wir gleich weiter. Das war's. Das war's. Das gehört zu dem Brack. Jonah! Das war's. Jack's Tagebuch? Hm, das gehört nie angezeigt. Doch Jack's Tagebuch. Freut mich aber. Oh, hier kommt man hoch. Tja, das Flugzeug. Jonah, bist du da? Oh yeah! Ich hab meine Axt wieder. Mit der Woche Zeit. Ich dachte, du wärst tot. Hey, weißt du was mit Migueles? Er hat's nicht geschafft. Was ist mit deinem Arm? Ach, irgendein Parasit. Ich hab nach Beifuß gesucht, aber der wächst hier anscheinend nicht. Zeig mal hier. Oh hey, was hast du vor? Wenn wir ihn nicht rausholen, wird es nur noch schlimmer. Setz dich. Äh, lecker. Und du weißt, was du tust? Äh, ich hatte schon mal was ähnliches damals als Kind in Ägypten. Und um ehrlich zu sein, es wird wehtun. Glaubst du, dass dieser Sturm vorhin der Sturm war? Von der Wandmalerei? Ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir kurz Pause machen und nachdenken. Wir wollten mit dem Kopf durch die Wand und sind voll in den Sturm reingeflogen. Ich hätte nicht erwartet, dass es so schlimm wird. Ich hätte aber auf einen Abbruch bestehen sollen. Ich versteh dich ja. Du stürzt dich auf ein Problem und dabei wird alles andere unwichtig. Jonah, äh. Ich, hey. Ich bin bei dir. Das ist meine Entscheidung. Zumindest meistens. Aber wenn wir tot sind, wer verhindert dann die Katastrophen? Wer würde Trinity aufhalten, wenn nicht wir? Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss und dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Aber eben ging es nur um ein paar Stunden und wir hätten umdrehen können. Das Vieh hat einen Namen verdient. Okay. Eli. Mein Cousin hat mich immer bis aufs Blut geärgert. Mach's gut, Eli. Hi. Äh. Jeglich hat sowas steckt in dem Arm, ey. Danke. Wir sollten gehen. Wenn wir Kovac Jako gefunden haben, können wir uns endlich ausruhen. Klingt gut. Okay. So. Jetzt kann man hier noch ein bisschen durchsuchen, ne? Ich denke, man sieht das Dorf durch die Ranken da drüben. Ich bin froh, dass du geblieben bist. Obst, wenn da draußen wärst du, dass du mich finden könnt. Und ich hatte die Leuchtpistole. Ja. Miguel war wohl dorthin unterwegs als... Mama Kerl. Wie ist Eli überhaupt in deinen Arm gekommen? Ich wollte rausfinden, ob das Wasser sauber ist. Jetzt weiß ich's. Glaubst du denn das alles wirklich? Das Zeug... über die Katastrophen? Ja, gar nichts. Ich glaube, falls es stimmt, ist es wichtig genug, um dafür zu sterben. Oder für Trinity, um dafür zu töten. Es geht also eigentlich um Rache. Nein, nein, ich... Als ich den Schlüssel nahm, spürte ich eine Macht, die mich mit sich zog. Sie ist real. Wenn da eine Macht war, als du den Schlüssel nahmst, ist sie dann jetzt in deinem Kopf? Nein. Sie war weg, als Dominguez den Schlüssel nahm. Wenn sie so stark ist, wie kannst du dann sicher sein? Finden wir einfach Kuwagyaku. Okay? Ja. Weißt du, wenn es um Rache ginge, würde ich's verstehen. Ach, wirklich? Wärst du jetzt nicht lieber im Warmen mit einem Bier und vielleicht einer freundlichen Fremden? Doch, das schon. Und zwar viel lieber. Trotzdem würde ich's verstehen. Es ist keine Rache. Und zwar. Und zwar. Und zwar. Und zwar. Und zwar. Angere zeitfreundlich. Und zwar. Und zwar. Und zwar. drei upgrades verfügbar ok das lassen wir jetzt von der warum wir nicht upgraden wenn wir sowieso schon so einen krassen bogen haben ok es passt nicht so ganz nein das finde ich doof ich habe es nicht mehr ich habe es nicht mehr